ja hallo hier ist wieder krello ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zur chaos kolonie ja das buddeln hier das große buddeln was man so geht weiter jetzt dürfte hier auch gleich das große transportieren wieder weitergehen genau das natürlich jetzt mit jedem block der hier unten weggerissen wird kommen da große mengen dazu wieder abtransportiert werden können hier ist es jetzt gerade dann so dass wieder leitern gebaut werden müssen okay aber da warten wir jetzt nicht darauf wir haben andere sachen zu erledigen zum beispiel muss man hier reinschauen ob ihr futter drin ist hier ist futter drin okay dann können wir jetzt muss ich einmal gut überlegen wen wir los schicken wir wollen nach ukula und wir wollen im grunde hier essen her bringen da der baum uns nicht unbedingt positiv gesonnen das müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein wie wir das machen ich habe aber schon eine idee so dann schauen wir einmal nach wer noch pilot ist percy creeper und percy creeper ist unterwegs abstand und kato sind die beiden also kato würde ich hier um gerne weg holen weil der ist unser großer grabemeister aber abstand steht ihnen dann nicht im viel nachdenklich andersrum ist kato unser super duplikant und der könnte zur not auch die mechatroniker sachen bauen er doch dann schicken wir doch kato los aber in den prioritäten wo haben wir den abstand da da ist bauen höher als graben das stelle ich mal beides hoch und nehmen wir ihm hier auch alles andere ein bisschen runter dass er sich wirklich dann auch nicht darum kümmert mal irgendwo den schalter umzulegen sondern bauen graben ist vielleicht sogar eine ganz gute kombination wenn er das macht das macht so besatzung ändern wir stellen hier nur kato ein wählen unser ziel aus jukeler ist hier richtig im gegen checken nicht dass es falsch ist ist richtig ok dann kommen wir theoretisch na ich gucke lieber noch mal genauer rein nicht dass ich irgendwas übersehen hat also die wasserleitung der bereiche ist mit sauerstoff gefüllt das ist alles gut wir haben hier genügend essen wir haben hier strom wir haben betten das ding ist ich glaube 100 gramm pro nutzung wenn ich das richtig habe das ist auch in ordnung glaube los geht's und wir abstand erholen wir kato rande dann fliegen wir los wo wir schon auf der sternkarte waren einmal können wir dich jetzt fliegen lassen nach dort und mir auch hat den rest zu erkunden wo ist denn unsere sammel rakete die artefakte einsammelt ach da okay die wird also schon artefakt oder eingesammelt okay dann können wir jetzt kalipso wieder zurück schicken nach hier und du bist dort liquid hydrogen 2 ok aber das für diese folge zumindest schon mal angefangen was da notwendig ist den ganzen nuklearen fallout das ist auch immer noch nicht alles so ganz wirklich perfekt wenn ich das mal so sagen darf na gut so jukoni hier sind interessanterweise die aufgaben auch noch nicht abgeschlossen da hätte ich jetzt vermutet das graben und co erledigt was macht denn ihr jetzt hier ach die telefonieren ja alles klar die telefon hätte ich auch schon in die raketen noch rein wollen können dass er noch mal ein moral boost so dann wird geschlafen unser batteriepark hier okay nach wie vor machen die stecken der echten guten job ach so das hier wollte ich ja noch verändern ergänzen im grunde müssen wir mehr platz für ethanol schaffen oder aber benutzen dass wir hier noch ein bisschen hier noch und hier noch plus hier ein paar tropfen dann haben wir alles eingesammelt das einfach nur um ein feld zu vergrößern wird nicht reichen ich denke wir müssten diese batterien hier einmal nach oben verlagern und dann kann man das hier quasi alles nach oben schieben und den tank nochmal vergrößern ja genau das werden wir mal so machen ach ja stimmt ich hatte auch viele wischaufträge beim letzten mal eingestellt daran erinnere ich mich jetzt wo es an vielen stellen nämlich wieder sauber aussieht so dann können wir hier nochmal wischen weil da kann ja gleich von oben nichts mehr dazu kommen während wir warten schauen wir immer ein balsam liliensamen ist das einzig halbwegs sinnvolle aber jetzt kurzen moment warten müssen wobei wir gleich wahrscheinlich auf einen anderen planeten schauen kann ich euch ja noch mal daran erinnern es gibt eine neue challenge auf dem kanal ich habe es gestern schon gesagt ich werde jetzt noch ein zweimal in den nächsten videos auch sagen wenn ihr schon immer einer kolonie von mir dabei sein wollte ich weiß dass das viele 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 wollen dann kommentiert gerne unter dem neuen challenge video dass ihr auf meinem kanal findet ist glaube ich am freitag ich weiß gar nicht genau oder was donnerstag ich glaube donnerstag war es veröffentlicht worden schaut da gerne rein dann könnt ihr euch auch anschauen was die neue challenge überhaupt ist wobei sie eigentlich nicht keine neue challenge ist sondern einer an der ich schon ein paar mal gescheitert bin äh und ja dann schreibt mir gerne da in die kommentare wenn ihr einer von 100 sein wollt ich habe mir auch überlegt dass ich das werde ich auch im nächsten video der challenge nochmal sagen die ersten 100 die kommentieren kommen rein ich werde dann keine verlosung machen wenn es mehr als 100 sind sondern ja ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich es danach mache wer zuerst kommentiert kommt zuerst rein oder ob ich dann die 100 auslose denke ich werde die 100 auslosen aber ich bin mir noch nicht final entschieden aber auf jeden fall wenn 100 voll sind sind 100 voll warum ich hier gerade überall wisch aufträge einstelle kann ich auch nicht beantworten das macht eigentlich nicht so schlimm fehlsinn wir haben mich jetzt schon mehrfach gerade aufgefallen dass wir strom probleme haben so wie kommt das zustande zum einen verbrauchen wir gerade erdgas das war schon mal mehr die erdgas generatoren kommt daher die hier arbeiten sowieso nicht mehr die petroleum generatoren vielleicht müssten wir noch mal so etwas hier ergänzungen nehmen dafür den weg und gehen weg wobei sich das eigentlich muss ich sagen sehr falsch anfühlt aber hat er jetzt keiner gesehen was soll der dampf ist zu kalt okay eine andere sache fällt mir gerade noch ein über strom gewinnen können das schiebe ich auch schon länger vor mir her wollte ich aber schon längst mal machen und zwar haben wir hier einen kleinen vulkan damit können wir heute eigentlich mal beginnen 186,1 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie viel dampfturbinen wir brauchen wir haben den großen vorteil dass wir schon thermium haben das heißt wir können auf probleme halbwegs die können wir halbwegs ignorieren ich würde das ganze mal starten weil ich lange nicht mehr damit gearbeitet habe mit drei dampfturbinen ich möchte den raum aber groß genug bauen für fünf die kommen weg das ding bleibt weg dann können wir einmal hier ausgraben wir lassen den weg was wir ebenfalls machen können dass einmal dort haben und wenn ich gerade so ein bisschen noch darüber nachdenken machen wir das ja noch ein bisschen anders wir werden nämlich hier das wasser direkt in den raum verfrachten keine sorge das macht gleich alles ein bisschen mehr sinn als es jetzt gerade danach aussieht dass wir hier unten quasi ziegel rein bauen um das wasser hoch zu drücken dass das hier schon im raum drin ist weil das was wir jetzt schon hier haben brauchen wir hinterher nicht mehr rein pumpen wenn man versteht was ich meine bauen sieben graben sieben auf geht's so sternen karte wer ist unterwegs 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 wird auch nicht mehr so ganz viel wieso hatten die jetzt gestoppt ich sollte doch noch da fliegen vielleicht habe ich gerade mit einem rechtsklick oder einem escape oder so das ganze wieder gestoppt so naja wird schon fleißig gebaut entweder kann ich hier jetzt das auch schon ausgraben oder ich warte noch bis das hier gebaut ist damit wir da besser rankommen er ist glaube ich die bessere variante hier unten kann man doch noch hin jetzt können wir schon mal das ausgraben das hier hätten lassen wir noch kurz um da die wand zu bauen jetzt fällt mir gerade wieder was ein dass ich schon ganz lange mal nachschauen wollte und zwar und das ding ist ausgeschaltet das sollte auch nicht passieren nochmal im gucken du landest trotzdem auf liquid dann geht das auch und zwar was wir hier für automatisierungsanschlüsse haben das ist ein ausgang sendet ein grünes signal wenn die rakete startklar ist allerfalls wird ein rotes signal gesendet grünes signal start abbrechen okay ich hatte die den gedanken ob wir vielleicht ein signal ausgeben können wenn die rakete gelandet ist damit ich mir dann den notifier daran bauen kann um das mitzubekommen weil oft ist es so dass eine rakete auf dem weg rückweg ist dann steht die da seit fünf zyklen rum und ich habe das noch nicht gecheckt weil ich gerade gedanklich hier bin da bin aber nicht dort was eigentlich gerade am wichtigsten ist mir kommt gerade noch ein gedanke wie schlau ist dass das ding hier fünf felder hoch zu bauen aber eigentlich ist das auch egal dann machen wir es vielleicht schritt für schritt bringen wir mittig in dem raum ein paar leitern unter dann können wir uns hier auch bewegen wie warm ist das hier drin humaner als ich dachte nahrung verfault pincher pfeffer müssen okay ach so die ist wahrscheinlich von darunter gefallen da kann ich mit leben davon bauen wir ja auch theoretisch hier welche an praktisch ist es hier zu kalt weil das verschmutzte wasser was da ankommt davon hier kommt und auch zu kühlen man sieht jetzt hier übrigens an der transportkette wie gut das eigentlich funktioniert aber man merkt auch also ich habe zumindest das gefühl dass jedes mal wenn die sich immer bewegen dass das auch eine kleine verzögerung auslöst aber das wird sicher besser hier haben wir jetzt schon mal das vakuum drin das heißt die ganzen materialien die hier jetzt liegen verursachen kein oder haben da findet kein temperatur austausch mehr statt und wenn man sich gesucht und die man extra hier an wenn man sich das jetzt mal anschauen das ist schon viel alleine sedimentgestein wenn man das mal dann 221 173 tonnen nochmal 100 tonnen das ist schon absurd viel so sorry was hatte ich denn noch auf dem ach so mehr stoppen nicht was hatten wir noch ich wollte das hier gerne so weit wie möglich heute hinbekommen und da geht es weiter dann könnten wir auch schon mal anfangen einen automatischen räumer hier rein zu bauen aus thermium 1 2 3 der müsste eigentlich dahin wo die leiter ist wir können ihn ja auch von der anderen seite aus dahin bauen das ist ja gehopst wie gesprungen so dann müssen wir noch mal eben schauen ich würde das gerne wieder identisch lösen wie wir es hier gemacht haben nachher genau und zwar einen förderschieden belader auch und wir müssen gleich wieder thermium herstellen wissen wir jetzt schon wir haben mehr als genügend wir haben mehr als genügend wolfraum dann machen wir doch nochmal 30 mal thermium und schauen dann auch nochmal direkt was nach können nämlich genau aus thermium könnten wir dann ja auch noch wieder ein job machen falls uns das mal ausgehen sollte aber das sehe ich in absehbarer zukunft nicht vor allem wir könnten ja auch nochmal von welcher war das jetzt gleich glaubt du oder er ist auch noch reichlich ein job dass wir uns abholen können plus das hier ist glaube ich auch noch etwas das ich zähmen wollte wo darauf freue ich mich auch schon das wird sicherlich spektakulär stellen das jetzt auch mal hier auf 7 die ganzen aufträger man hier jeden einzelnen auftrag wieder verändern so hier könnten wir schon mal eine reihe ziegel drunter bauen die brauchen wir dann nämlich und dann darf es wie machen wir das gottchen wir haben das starke leiterkabel bislang nur bis da liegen ja ich habe schon eine idee aber das müssen wir dann ein klein wenig verschieben mal gucken ins bayern ach so du bist gelandet okay du darfst natürlich hier hier gibt es keine beschränkung das heißt du darfst hier alles benutzen und natürlich auch aufwischen aussteigen sowieso und dann ist meine idee dass wir einmal hier oben uns einen zugang schaffen dann machen wir dann automatischen ausgeber hin wobei das problem was ich habe der wo habe ich das denn gelesen mit den kalorien oder hier war das glaube ich ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe vielleicht habe ich es aber das ist glaube ich gerade ein denkfehler was ich hier mache wir müssen im grunde hier das essen hinbringen dann könnten wir es auch von da oben runter fallen lassen hatte ich die ach ich wollte sagen ich habe doch irgendwo eine tür verschlossen da deswegen konnte es gerade nicht gebaut werden ok so dann müssten wir die hier abreißen ach das ach da wäre jetzt wiederum abstand die bessere variante gewesen ist egal dann machen wir es nicht so sondern wir gehen dort durch den können wir jetzt zerlegen müssen wir einmal unten rum packen da einen ziegel hin ach der moment dann kann was anders machen dann können wir es noch einfacher machen das wusste ich jetzt nicht dann packen wir dann aber dann fällt es runter wir müssen ja doch schwere geburt gerade transport noch mal automatisch ausgabe nach da und dann wenn das essen dahin fällt dann kann er sich das hoffentlich nehmen die kalorien ich weiß wie gesagt nicht mehr wo ich das gelesen habe aber irgendwo stand das ach da steht die kalorien verbraucht und und harz ausstoß sehr genau wer schließt sich jetzt noch nicht so ganz warum kato noch immer nicht raus geht jetzt legt er sich wieder schlafen ist es ein zeitplan problem meine kato hat ganz normal sein also jetzt gerade klar aber ist durch die rakete irgendwas wird gebrochen er müsste eigentlich da raus können naja auch wenn das ein unerreichbares lager ist dann kommt er hier tatsächlich nicht raus ok dann machen wir ein folgendes wir ändern das ziel fliegt nochmal in den orbit jetzt nehmen wir dich wenn kato aus lassen sich da landen perfekt und jetzt hat er keinen schutzanzug an was natürlich blöd ist aber du fliegst jetzt wieder nach dort ach guck mal jetzt ist hier auch sogar eine leiter geschmolzen nach dem start das ist das endet jetzt gleich möglicherweise böse weil kato genau wird jetzt zum einen was mache ich hier gerade verstrahlt und es wird sehr warm ich hole erstmal ein bisschen sauerstoff das ist eine gute idee so jetzt bitte die leiter bauen und dann müsstest du da auch wieder ankommen und jetzt kannst du da auch ein ok strom technisch wird das essen jetzt im kühlschrank schlecht aber wir haben eh nur 10 kg dabei das ist alles gut jetzt müsste ich nochmal eben hier anschauen warum kannst du das nicht machen du kommst dahin dahin kommst darüber da rein durch ach die tür habe ich auch zutritt verwehrt ja dumm jetzt sollte es losgehen genau auch diesmal dann mit schutzanzug das hilft natürlich auch noch mal ein bisschen mehr könnte ich bei den automatischen ausgebern eigentlich essen einstellen ich weiß es nicht aber wir werden es jetzt herausfinden das sieht schlecht aus ja das macht es dann ja jetzt natürlich noch komplizierter da müssten wir im grunde folgendes machen machen wir das mal so was ein aufwand oder so dann braucht das ganze noch ein bisschen strom das kommt ja auch noch dazu ich mache es mal wirklich ganz einfach ohne dass das jetzt eine dauerhafte lösung wird sondern es soll nur für einen moment funktionieren um das auszuprobieren so das kannst du alles bauen karte ich hoffe er kommt nicht auf die idee das von oben aus zu bauen na schauen wir mal so hier ist der großteil erledigt da geht es weiter das fehlt noch für den strom hatte ich mir ja was überlegt wie machen wir das dann am schlauesten also meine idee ich kann es ja schon mal kurz verraten ich baue hier ein paar batterien an die mit ran als kleinen zwischenpuffer und legt dann von mit einem über einen großen transformator über den leiterkabel den strom hier ans hauptnetz wieder ran das ist so meine eine idee dazu alternativ könnte man natürlich auch gucken ob man das starke leiterkabel darunter liegt aber nicht denke ich mache das über einen leiterkabel da noch da noch und dann haben wir es gleich dann können wir auch das abschließende ist schon ach so ich kann noch gucken nächste aktivität 26,4 zyklen warum mache ich denn dann hier so ein eiertanz ich kann noch das hier alles zerlegen da kommen stopp vielleicht mache ich das doch nicht weil da ist ja doch wohl viel hitze drin und das wird wahrscheinlich dafür sorgen dass hier dann doch alles verdampft kommen wir nur zurück wir machen das doch noch nicht aber was wir jetzt machen ist ende für die heutige folge ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe dass euch gefallen hat und ja dann bis zum nächsten mal tschüss aber nicht ich 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 e